Ich bin Hansjörg Boxberger. Ich bin Rolf. Ich heisse Viktoria. Also mein Name ist Christa Bechtel. Und mein Name ist Martin Bechtel. Andrea Schori. Ich bin Zabin Dietrich. Ich bin Dr. Katharina Edfjell. Ich bin beruflich Coach für gesamtheitliche Gesundheit und Epigenetik. Und in meiner Ausbildung habe ich sehr viel darüber erfahren, was die vielen positiven Effekte von einer Infrarotkabine sind. Also es gibt natürlich einfach die Wellness-Aspekte, das Angenehme, das Entspannende für die Muskeln. Aber es gibt eben auch, wenn ich das so sagen darf, die wirklich heilsamen Aspekte, dass die Infrarotstrahlen eine heilende Wirkung haben auf die Zellen, eine regenerative Wirkung haben und auch das Immunsystem zum Beispiel stimulieren und auch für das Hautbild extrem gut sind. Also in dem ich die Kabine benutze, regelmässig benutze, regelmässig gern benutze, fühle ich mich auch vitaler. Ich bin viel weniger krank. Du merkst einfach, dass du fitter durch den Tag gehst. Und Regeneration ist wirklich, es ist echt kein Witz. Also es ist, ich habe auf der Halbmarathon, wirklich, das ist das beste Beispiel gewesen, das sind zwei Monate, habe ich trainiert, aber trainieren vorher. Und ich bin an der Halbmarathon und ich bin so oben in die Kabine gesessen. Ich habe wirklich nichts gehabt. Also ich habe gesagt, es ist abnormal. Es hat niemals gezogen, nichts hat geklemmt. Und nicht einfach, weißt du, nur ein Tag nachher nicht, sondern auch zwei, drei Tage später nachher nicht. Und dann bist du richtig begeistert. Es ist mehrmals, wie immer du gesagt hast, immer erwähnt, das ist unglaublich. Es kann nicht möglich sein. Es kann nicht möglich sein. Es sind verschiedene Sachen, es tut einfach gut. Es tut den Körper gut, es tut den Seelen gut. Es ist zum Abfahren, zum Entspannen. Also es ist vom ersten Eindruck bis zum Heileifern, Montieren, Zeigen, das hat einfach alles gepasst. Auch Design ist auch sehr überzeugend. Wir haben uns für ein Modell entschieden, welches perfekt in das Schlafzimmer passt und eigentlich wie ein zweiter Schrank aussieht. Es hat einfach gerade gepasst und die Chemie gestimmt. Und wir sind gut ausgekommen und gut beraten worden. Und darum würde ich sagen, das steht wahrscheinlich für euch, dass ihr kundennäuch seid und korrekt und fair eure Kunden betreut. Die Infrarotkabine oder die Infrarotstrahlung, die regt einfach ganz stark die Zellregeneration an und auch das Immunsystem und belastet dabei den Körper überhaupt nicht so stark wie zum Beispiel die hohen Temperaturen in einer Sauna, die auch nicht die Regeneration anregt, nebenbei gesagt. Wenn du Zeit hast, kannst du gerade spontan sofort die Kabine benutzen. Ich sage jetzt einfach bei einer Sauna-Vorbereitungszeit und und und. Und vielmals halte ich dann das ab, den ich überhaupt benutze. Wir haben diverse Infrarotkabinen evaluiert. Und zwar eine Mehrzahl und sind dann aber gleich auf eure Firma gestossen, Jenny Weber, hinsichtlich Qualität, Management, Möglichkeiten, die man hat, Ausbaumöglichkeiten und System natürlich. Für mich hat den Ausschlag gegeben, die Kabine bei der Firma Jenny und Weber zu kaufen, die Tatsache gegeben, dass die Kabine sehr viele schöne auch Zubehörer hat. Also nicht nur der Sohle-Vernebler, auch die Lichteffekte, auch das Aroma-Öl-Spray, was man in die Kabine machen kann und dann natürlich einfach die Optik der Kabine. Der Ausschlag zur Wahl von Jenny Weber hat sicher dazu geführt, dass die Qualität und das Design passt, aber natürlich auch die Beratung. Also eure Kabine würdig und das empfehlen wir auch in unserem Kollegenkreis. Es ist ein absolutes Qualitätsprodukt, es zeigt alles, was versprochen worden ist und uns hat es eigentlich Lebensqualität geschenkt. Also wenn ich die Kabine nicht mehr hätte, dann würde mir wirklich was fehlen und ich würde mir sofort eine kaufen.